Ja Freunde, da ist er wieder, der Lost Place Adventure Tom, auf Tour heute mit dem Maik, der ist da, mit dem Frank, meine Neel ist heute auch mit dabei und ja, wir schauen uns heute einen alten verlassenen Bauernhof an und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein und wünschen ganz viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran! Hier ist so ein Pfadenschmaler, da gucken wir mal eben. Oh, hier ist der Tudor. Hast du gehört? Ja. Da, kommt mal auf. Guck mal hier die Tapete, schaut mal. Alter für Alter. Guckt mal. Wie wunderschön. Wie schön die Tapete ist. Aber. Halleluja. Wow. Schaut euch das mal an. Sieht halt nicht stark aus. Eine richtig alte Tapete. Hammer. Wow. Einfach. Wow. Gehen wir mal da vorne schauen. Hier löst sich sogar der Teppich schon auf. So ein bisschen Weihnachtsdeko. So ein sehr schöner alter Schrank. Hammer geil. Oh ja. Oh ja. Ah ja. Das sieht aus, als wenn das mal das Schlafzimmer war hier. Leute. Hier biegt sich der Boden. Ihr seht selbst, der Schrank steht selbst nicht mehr gerade. Aber ich bin hier gerade in dem Boden fast versunken. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein sehr schönes altes Bauernhaus. Guckt mal. Das war hier so der Küchenbereich hier. Ja. Hier mit dem Abzug hier. Ja. Geht's in den Keller. Halleluja. Halleluja. Wie niedrig die Decke hier noch war. Habe ich gerade gesehen. Weil hier, guck mal. Ja. Da. Ähm. Die Schränke, die neigen sich schon hier. Hatte ich schon nicht ohne. Aber schönes kleines Esszimmer. Ja. Ja. Hier die Kühltruhen. Eine haben wir hier. Und da haben wir eine größere. Ja. 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 Das wäre es ja, wenn ich... Oh, hier geht's nach oben. Boah, ist das groß. Oh. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ja. Da ging's nach draußen. Da haben wir noch Geschirr. Ja. Hier auch Besteck in den Schubladen. Hier wurde gespült. Das Geschirr abgewaschen. Ja. Nicht schlecht. Hat schon was. Da unten stehen auch so Gummistiefeln. Hier kommen wir in die Schuhe. Hier geht auch eine Leiter nach oben. Wow. Halleluja. Okay. Hier haben wir diverse Schrauben und alles. Ja. Ersatzteile. Ja. 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 Genau. Nicht schlecht. Das geht da hinten auch noch weiter. Alter, die Spinnweben. Schaut mal. Hohoho. Mega viel Spinnweben hier. Überall. Schaut mal. Höhööo. Ja. Hinauf der schmalen Treppe. Da hängt noch so ein Anzug, da hängt eine Jacke, eine Hose. Das war es schon, zwei Räume. Zwei Räume. Ja, die schmale Treppe wieder nach unten, da waren wir ja gerade, da kamen wir auf der anderen Seite. Jetzt geht es mal gerade aus in den Keller. Oh ja, ach du, ihr seht es, da, ich gehe da keine Schreter. Das ist mir zu riskant. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, da seht ihr es nochmal. Ach du. Aber ich halte euch gerne mal rein. Und dann mal sehen, die Wohnstube. Leider kein Zugang möglich, ihr seht selber, hier steht nichts mehr gerade. Selbst die Treppe hat schon Schrägseite. Sehr schade. Ja, ich wäre da gerne reingegangen. Auf jeden Fall ein sehr schönes Wohnzimmer. Das muss mal richtig schön gewesen sein. Das kann man gar nicht so sehen. Das ist, ja, da hinten ist auch eine Tür, aber das lassen wir mal lieber. Aber ich nenne es ja nicht Abenteuer. Auf dieser schiefen Treppe nach oben zu gehen. Uiuiui. Einfach mal auf auf dem Dachboden. Und ja, wow. Schöner alter Heuboden. Ja, schaut mal. Riesengroß. Wunderschön. Und die schiefe Treppe gehen wir jetzt wieder runter. Aber Hammer, ne? Ja, ich muss das noch einmal sehen. Ich muss das noch einmal anstellen. Guck mal hier. Selbst die Treppe ist schon schief. Guck mal, das ganze Gemäuer kommt schon da so runter. Da so nach unten gebogen. Aber die Treppe hat jetzt Stand gehalten. Sehr schade eigentlich. Wäre gerne da reingegangen. Und hintenrum rein. Ja? Im Zimmer. Ja, Schlafzimmer. Da bin ich vorhin auch abgesunken fast. Ja, jetzt gehen wir mal raus hier wieder. So, Maik macht die Tür wieder zu. Super. So, wir fahren jetzt weiter. War auf jeden Fall ein super altes, schönes Bauernhäuschen. Wo jetzt diesmal alles noch drin stand. Und ich bin immer noch wie geflasht. Hammer. Die alte Tapete da drin. Das ist der Wahnsinn. Richtig schön. Das Haus, das sieht man gar nicht. Das ist so eingewachsen dort. Ja? Einfach hammergeil. Den Maik und den Frank verlinke ich euch unten wie immer in die Videobeschreibung. Und ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Lost Place Abenteuer. Bleibt gesund. Tschüss. Haut rein. Wow. Dreck weit rein. Guck. Tick. Tick. Bisschen. Tick. Tick. Vielen Dank.